schwarzwälder ich bin ich weiß ja sowieso russisch unter ans werk mr freeman munter ans werk womit ich nicht sagen will dass sie sonst faulenzen niemand hat mehr geleistet als sie und der gesamte einsatz wie gebrochenes deutschland sagen wir mal es ist wieder soweit für sie der rechte mann am falschen ort kann in der welt viel bewegen also machen sie auf miste freeman schnuppern sie die asche in der lucht eingestiegen schwarzwälder ich bin ich weiß sowieso russisch du hast du richtig kann man noch mal kann man nicht pausen jetzt ich habe bei ganzen einstellungen gar nicht gemacht dass die tour konnte escape und dann alles einstellen sie müssen es fortsetzen machen weiter nicht nur durchforschen zu beobachten hier die ganzen dinge ganz im spiel ärgert ihn nicht warum wollte du warte darfst du dich vorher zwickern jetzt wie geil das aussieht sie fahren immer ab was kommt heimliche gefühle aus die deutschen bahn so ist es bloß noch ein hippie da hinten der was liefert ist es ich bin ja nur vorbei nix hier lang muss hey halt hier ich habe einen umsiedlung schein rein Ja, ich brauche etwas Privatsphäre für das hier. Und nun zum Bier, das ich dir schulde. Das ist Barney. Im ersten Teil. Ich habe mich beim Ordnungsschutz eingeschleust. Darf nicht zu lange dauern, sonst schüften sie Verdacht. Ich muss noch einige Leute verprügeln. Was bringst du da oben oben, hallo? Ja, Barney, was bist du? Wo bist du eigentlich? Hier, hier bin ich. Siehst mich nicht? Ich bin unsichtbar. Okay. Grundgütiger. Gordon. Ja, weil jetzt wahrscheinlich nur, du trickerst wahrscheinlich die ganze Story. Geht mir genauso, Doc. Er sah schon beinahe im Zug nach Nova Prospect. Also Barney, was hast du vor? Ich denk nach, ich denk nach. Alex ist hier, irgendwo, sie weiß sicher besser, wie wir hier tun können. Naja, solange... Da ist kein Schlau obendrauf. Ja? 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 Ja, bist du durch die Decke schon? Echt? Echt? Ich treffe dich später. Was? Rauchst du? Treppe hoch. E-Objekte aufheben. Achso, die muss man jetzt da hinlegen. Achso, die muss man jetzt da hinlegen. Ja, jetzt ist es geschafft. Glauben Sie nicht teleportieren da? Nein. Und zwar, du bist das mit. Was ist das mit. Also, ich weiß, ich weiß. Ich geh das nicht alle hart dazu, ich weiß nicht. Ich bin aber mein Herz. Ich bin aber ein echtes Ding.